Ja, Moisin zusammen, herzlich willkommen bei uns beim Wäscheaufhängen hier bei 4.3. Ich hänge Höschen hin. Ja, geil. Da ist echt eins. Wo? Oh ja, oh schick. Oh, den guten. Guck mal, daneben ist noch so ein großes, langes Schaf-Darm-Kondom oder so. Was ist das denn, Alter? Wir teilen brüderlich unser Kondom, ey. Das war das Haus-Schaf, das musst du dafür ja halten. Scheiße. Nice, will facken, was? Ja, Zielvorgabe. Reiß dir den armer Scham. Okay, wir reißen ihn uns unter den Nagel, du weißt, was das heißt. Oh yeah. So, kann ich den abschießen eigentlich? Warte mal, wenn wir den klauen sollen. Aber wir haben ja mehrere hier rumfliegen gehabt. Achso. Okay. Hast du den Raketenwerfer noch? Ich hab den, ich hab den noch. Wo bist du langgelaufen? Ich bin hier das Dach hoch. Ich hups. Hä? Oder hast du da einen Weg? Ich bin hier einfach hoch, so boing, boing. Du bist der mit den besseren Reflexen, hallo. So, was geht ab hier? Zufälliges Loch im Zaun. Ach, sehr schön. Ach, ich muss eh drücken. Ach ja, das geht auch. Oh, da passiert was. Was ist das denn? Das denn? Einer von Watchmen. Was ist das denn für Gegner, Alter? Das sind die, ähm, es gab ja immer die ganze Zeit von Alma, oder die, die Alma gefangen genommen haben, wollten ja auch solche Soldaten herstellen mit Telekinese und so eine Scheiße. Ach ja, okay. Das war dann jetzt für uns die Message, hat geklappt. Anscheinend. Uh, da krieg ich aber auch. Reudig. Aber wirklich reudig, ey. Nein, was er war. Er sah aus dir, wo war denn das? Weißt du, dieser blaue Typ hier. Ja, der Hauptheld von Watchmen. Ja, genau. Das war er einfach. Die Drexler, siehst du? Die Spoiler, brauche ich auch nicht mehr gucken, die Filme, ey. Jetzt weiß ich, was ist Ende. Nach hinten ist er. Echt? Macht wieder Portale? Ach, Tatsache. Boah, können wir ihn nicht aufhalten? Kann ich, muss ich hier rüber? Ja. Er hat auf jeden Fall nicht so Bock, dass wir den Helikopter klauen, habe ich so viel. Boah. Ja, aber kommen wir gut voran, ne? Ja, oder? Hat er nicht mit gerechnet, wahrscheinlich. Scheiße, seine Portale. Pisser. Hehe. Haben sich gedacht, lol, die töten all unsere Soldaten. Schicken wir halt einen, der noch mehr Soldaten schickt. Was ist los? So. Einfach ein Adfight hier. Was ist los? Alter, der... Der hat mich hier elektrisiert mit so einem Scheiß, ey. Ja, was für... Da oben ist er, oder was? Können wir ihn? Wir können ihn auch... Doch, können wir auch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin wieder hier im Kreuzfeuer, Mann. Ich muss mal kurz warten, bis ich mich wieder auf... Nein, wo treffen die mich? Shit. Kannst du zu mir kommen? Oh. Ne, anscheinend nicht. Ne, ich habe gerade keine Form. Muss gerade auch... Aber ich habe ihn ein paar Mal getroffen, auf jeden Fall. Ich chill hier nochmal ein bisschen. Okay, du willst da jetzt ein bisschen was hin? Du musst mich gleich wiederbeleben. Okay. Wo bist du denn? Ah, ja. Einfach oben. Jo, jo, jo. Hallo. So. Danke. Oh, Gottes Willen, ey. Da ist schon wieder, ey. Ja, man. What the fuck? Alter, schick sieht das aus in der Animation. Bam, bam, bam. Oh, fuck. What? Na? Ey, ich bin komplett tot. Ja. Alter. Okay. Wir müssen uns ein bisschen anders positionieren vermutlich. Ey, wir gehen mal ein bisschen mehr mit Zeitlupen-Modus da rein. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich konnte ja auch jetzt von Anfang an keinen übernehmen, weil ich schon einen hatte. Vielleicht war das auch ein bisschen scheiße. Ah. So. Okay, wo sind wir denn? Ah, ja, da vorne geht es rein, ne? Genau. Noch habe ich einen voll. Das ist natürlich auch nice. Dann kamen hier jetzt schon wenchen. Ja, genau. Jetzt kommen die ersten, äh, die zweiten schon. Facing vorbereiten. Genau, da, genau. Facing vorbereiten. Boah, krank, oder? Jetzt können wir die schon beim rauskommen killen, äh. Die ersten. Ja, Mann. Natürlich war es pünktlich in dem Moment zu Ende. Ah, zu früh Kaya gezündet, ey. Ja, oder? Scheiße, Mann. Nur mit Ansage. So, ich darf mir gleich mal kugeln ein. Ich habe übrigens gehört, man kann ja auch runterfallen und sterben, deswegen ein bisschen aufpassen. Nice. Ey, geh da mal weg. Was zum Fick war das drin? So. Kann ich hier nicht in Deckung gehen? Doch, kann ich. Ich schmeiße da eine Granate zu mir. Ich raste aus, ey. Wenn ich wüsste, wie viel der aushält, das bist du. Okay, da drüben ist noch einer. Golem ist ja auch, wenn ich die nicht in der Nähe kille. Boah. Ist ja Schweißer von Beruf, oder was, ey. Oh, das ist natürlich schön. Ich glaube, dein Sniper wäre hier ganz gut, oder? Ja, jetzt habe ich den Raketenwerfer natürlich. Er macht neue Portale, oder? Ich weiß nicht genau, was er macht. Ja, genau neben mir ist einer rausgekommen, ey. Wie hält der denn auch aus, Alter? Ja, sehr nice. Ich muss das mal wieder vollladen lassen, ey. Ich bin bald raus aus meiner Drecksform. Ich werfe mal hier noch eine lustige Freundschaft für die Granate. Halt du mal die Kleinen auf. Ich ballere den mal mit Raketenwerfer ab, ey. Oder müssen wir das gar nicht. Oh, da ist er. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwas haben sie gerade gesagt. Er ist gefallen, oder sowas. Nice. Okay. Ich versuche mal, hier drüben hochzukommen. Wir müssen ja eigentlich nur zum Helikopter. Ja, ja, ja. Ah, sieht gut aus, ne? Ja, ja. Boah, zwei Raketen, was ist los? Hey. Achso. Falsch. Ja, bei dem einen Spiel ist es Steuerung, beim anderen ist es Leertaste. Nice. Also so ein Endem-Helikopter kommt mir aber vertraut vor, so ein bisschen. Ähm, ist es nur einer, Uff? Na, was ist Uff, wer schon drin sitzt? Oh, gleich ich. Huh. Und die fliegen einfach weiter, oder was? Nice. Tschüss. Ciao. Lacht. Lacht. Ey, sag nicht, dass ich fliegen muss, oder so. Komm. Okay, sag mal, stell ich mir dich nur vor, vielleicht? Ey, ich hab's mich auch gefragt. Ich hab's mich auch gefragt. Ich weiß es nicht. Ey, ich bin wieder Lieblings-Song. Ja, krank, Alter. Du hast auch Ergebnisse, Alter. Ja, ich bin ja auch kranker Bastard, der immer alles kaputt holzt und sofort reinhielt. Ja, und wer stimmt immer? Ich. Lol. Der war vorsichtig, Mann. Guter Ausgleich. Guter Ausgleich. So, gucken wir doch mal, was abgeht. Uh, ja. Ja, ich bin ja. Okay. Merkt man. Ja. Die Brüder gehen nach Fairport zurück, nicht ahnend, welcher Albtraum sie erwartet. Hm. Ja. Großmarkt. Junge, Junge. Erstmal sehr ungefährlich. Ja. Das ist eine gute Frage, ob ich so richtig da bin oder ob die anderen mich sehen. Ja, sonst würden sie nicht auf mich schießen, aber. Ja, gut, dadurch, dass du die auch wirklich übernimmst und so, ne? Ja. Sag mal, wie fühlt es sich an, die eigenen Bruder zu töten? Ja. 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 Ich hab auch überlegt, ob ich ihn jetzt übernommen habe oder so, aber nö. Der hat sich gar nicht realisiert, oder? Ja. Deswegen. Ich saß ja so komisch vor ihm. Ich weiß es nicht. Viele Fragen wieder. Ja, ja. Ich möchte mal gern ein klares Spiel spielen. Mal gucken, was noch auf uns zukommt. Ja, ja. So, hier rennen auch wieder Leute. Ja. Kann passieren mit dem Flugzeug in den Haussturz. Vollmond. Boah, hier siehst du schon was. Ich seh nur den dreckigen Boden hier, ey. Echt? Achso. Ne, ich krabbel grad schon. Achso, ja, da stehst du schon. Ah ja, da. Ah, wieder nur Knarre, ne? Ja, was geht ab? Da. Oh, Einkaufswagen. Ja, geil. Schön. Ah, cool. Einkaufszentren mag ich so. Von Walking Dead her und so. Ja, äh, wo lang ist die Frau? Wollen wir dem Blut erstmal nach? Ja, ja, ich wollt grad sagen. Erstmal dem Blut folgen. Ah, oder? Da liegt er. Oh, ein Seelenband. Oh, ich nehm ihn mal an. What the... Ihr wart doch grad schon wieder onken. Aufstieg. Ach, das ist wieder nur... Ah! Aufstieg? Ja, ich hab jetzt auch Stufe 3. Zeitflugverbesserung. Ach, nice. Okay. Achso, dann hast du Stufe 2 nur verpennt oder so. Ja, wahrscheinlich. Okay. Hab ich nicht gesehen. Dann wissen wir es jetzt immer. Das ist erklärt worden. Boah, hier, Ikea oder was? Das ist doch schön. Ja, ich versuch auch grad rauszufinden, aber sie haben leider keine großen Andeutungen. Oder? Was steht hier? General Use? Verschwimmt dein Bildschirm auch immer mal, Render? Ja, das ist ja das Problem, was ich... Was? Hat sich das Ding hier grad bewegt? Was? What the fuck, Alter? Nee, 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 nee. Das Ding? Nein, hier, die Palette. Nee, oder? Das war durch das Verschwimmen bestimmt durch den Spiegeleffekt von dem Verkehr. Ja, ja. Du hast recht, du hast recht. Ja, natürlich, oder? So, wie war denn Ducken? C. C. Achso, ja, C wie Ducken, komm ich, vergesse ich. Ja. Ähm. Da oben sind Kerzen auf der Leiter. What the fuck, was geht hier ab, Alter? Ein normales Lager auf jeden Fall. What? Achso, jetzt sind die Kerzen aus. Über uns. Das wäre lang gerade, dass die runtergeschmissen. Ja. Ich habe nur den Schatten hier gesehen, ey. Naja, scheiß Ernst. Ja, Mann. Ich hätte es gern gewusst, Alter. Oh, da wieder. Oh, über Schatten. Ey, nee, Mann. Aber ich hoffe, das sind normale Menschen. Das sind bestimmt normale Menschen, ja. Vor allem, wenn ich dieses Blut sehe. Ich bin schon wieder im Anschlag, Alter, hier. Ja, Mann. Ich kann es gar nicht. Ich bin... So, geh... Geh du mal... Ey, ich will mich nicht umdrehen. Tu es aber nicht. Ja, geh mal weiter. Guck mal, was über die Leiter ist. Nö. Ich dachte, da müssen wir, glaube ich, jetzt lang. Oh, ist schon wieder Blut oder Kross? Alter, überall die Decke. Fußabdrücke hier. Blutig. Oh, fuck my life. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Achso. Mit C. Ja, siehste. Haha. Überall Kerzen, Mann. Warum nimmt man denn auch dann verficktes Einkaufslager, Junge? Oh, das gefällt mir nicht. Das sind nackte Fußabdrücke. Kleine. Das ist einfach Alma, Mann. Ey, bitte, Mann. Es ist einfach Alma. Wieso pennt man hier, ey? Ja, was ist? Was ist? Es ist immer eine Etage über uns, Alter. Deswegen kracht hier ständig so Sägespäne und so runter. Sieht sehr schön aus, was du da machst. So Russenhockentanz. Ich hab mich eigentlich nur umgedreht, um zu gucken, ob da oben wirklich was langläuft. Sehr schön. Ja. Ähm. Hier. Ist nichts. Achso, wir sind jetzt dahinter gelaufen, okay. Sicher? Ja, jetzt kommen wir hier runter. Okay. So. Ich will mich echt nicht umdrehen, Alter. Ey, so. Irgendwas passiert. Irgendwo ist doch dann was, Alter. Ja, wenn solche Psycho-Kacke kommt, ist es eigentlich einmal nicht weit. So fangen Albträume, oder so sind Albträume. Echt in so einem Großhaus, du hast nur ein W. Komm mal hier. Großhaus. Ja. Drück mal. Seelenband. Mumpeln auch. Das ist super. Schön. Ein Seelenband. Ich teile mal. Brüderlich. So. Nice. Dann müssen wir doch hier rein in Break. Ich drehe meinen Kopf so richtig mit, wenn ich mich umdrehe. Scheiße. Das hat mich schon wieder unter Kontrolle. Alles sofort sehen, ne? Ja. Okay, hier ist schon wieder so ein Zeichen. Ja, aber das ist ein neues. Das ist ein Illuminata Bauchnabel-Fussel oder so. Keine Ahnung. Hallo. Okay, da hat Wer die Tür zugemacht. Hast du gesehen? Nee. Da stand Wer und hat die Tür zugemacht. Die war eben offen. Oh, in die Toilette oder was? Da gehst du aber rein. Es ist aber eine Behindertentoilette, also. Ja, also noch mehr Platz. Ach, guck mal. Das ist... Ah, das ist aber sehr... Das Blut tropft schon... Tropft's hoch? Ich seh's nicht. Ich seh's grad auch nicht. Nee, es tropft runter. Runter, runter, runter. Ja. Aber irgendwas ist hier über... Alter, der war da drin, Mann. Guck mal, das ist gleichzeitig die Frauen- und die Behindertentoilette. Möchtest du mit rein? Das ist doch das selbe Symbol, Lel. Ja, ich möchte mit rein. So, dann gehen wir zusammen. Okay. Nicht, dass irgendjemand was verpasst, ne? Ja, auf jeden. Bin genau hinter dir. Okay. Ey, ey, ne. Das ist wie in Bioshock, Alter. Das ist doch ein Schatten, oder nicht? Ey, ich will das nicht. Warte, ich mach mal die Tür auf. Ja, mach mal die Tür auf. Okay. Ey, ne. Guck erstmal drunter. Vielleicht scheißt da irgendwo einer. Da rechts ist ein Seelenband auf jeden Fall. Mhm. So, okay. Bist du bereit? Oh Gott, ne. Ich hab's schon rechts gesehen hier. Oh, oh. Geht nicht auf. Was jetzt? Ja. Es geht nicht auf, aber guck dir mal hier rechts an, was hier abgeht, Alter. Komm rein! Boah! Das ist doch keine normalen Menschen, Alter. Der ist da hochgeklettert. Guck dir mal den rechten Typen an, Alter. Alter. Der ist ein bisschen zwiegespalten, ne? Was ist los? Shit. Aber ich find's schön, wie sauber seine Waffe doch glänzt in seinem Gedärmen, Alter. Hier ist auch ein Mikrofon. Weil er war jetzt wirklich hier in dieser Kabine, hat da richtig schön an die Wand geschissen, Alter. So richtig schön Darm riss einfach nur. Und er hat ja das dann wirklich von innen zugehalten, Mann. Was mit ihm? Ah, so eine Missgeburt, Mann. Und es war klar, dass da einer drin ist. Und er kommt... Oh Gott. Nee. Und er ist jetzt wieder über uns. Er kann ja überall rausspringen. Das ist wie in Dead Space, Mann. Guck mal, nur hier sind überall diese komischen Riffel, Gitter, Luftschächtscheiße. Ja, kranke Scheiße, kranke Scheiße. Aber ich würd sagen... Ich seh das nicht. Ja? Wir machen beim nächsten Mal weiter. Mhm. Und suchen ihn dann, ne? Wir wollen ja alles wissen, was vor sich geht hier. Hab ich voll Bock. Freue mich nicht. Das weiß ich. Und deswegen wird das richtig motiviert, ey. Mit dir, ey. Richtig gut. Ich bin immer genau hinter dir. Also Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.